Hallo, ich bin Tom Minges, Produktmanager bei Biel & Wiedemann. Antriebstechnik ist für uns und viele unserer Kunden ein wichtiges Thema, denn hier kann ASI seine Stärken voll ausspielen. Einfachste Installation, hohe Flexibilität und geringe Kosten. Wir bieten für verschiedenste Applikationen die passende Antriebslösung. Für Rollenantriebe, Gleichstromantriebe und für diverse Frequenzumrichter. Mit unseren ASI 5 Motormodulen können Sie 24 Volt und auch 48 Volt Motorrollen effizient ansteuern. Zum Beispiel Motorrollen von Interroll, Itodenki und Rolmeca. Dabei stehen über die AUX-Leitungen 20, 35 oder sogar 50 Watt zur Verfügung. Ein Vorteil aller ASI 5 Antriebsmodule ist das zyklische Schreiben von Geschwindigkeiten und Rampen. Bei den Frequenzumrichtern bieten wir unter anderem Lösungen für SEW, Nord, Rockwell und Lenze. Für Umrichter aus dem SEW Movie C-Baukasten oder für den SEW Movie Mod bieten wir die Möglichkeit, das Profinet Datenabbild zu nutzen. So können Sie Ihre bekannte Funktionalität übernehmen und profitieren trotzdem von den unzähligen ASI-Vorteilen. Dank ASI 5 nun auch mit ausführlichen Diagnosen, wie zum Beispiel dem zyklischen Lesen des aktuellen Motorstroms. Darüber hinaus haben Sie mit ASI 5 die Möglichkeit, spezifische Motorparameter komfortabel und transparent zu schreiben. Ergänzt wird unser Antriebstechnikportfolio durch unsere ASI 3 Motormodule. Diese eignen sich hervorragend für weniger anspruchsvolle Applikationen, bei denen zum Beispiel einfache Start- und Stoppfunktionen ausreichen. Kombinieren Sie also ASI 5 und ASI 3 Lösungen, um stets den perfekten Mix für jede Anforderung zu haben.